Am 26. Mai zählt es. Am 26. Mai. An diesem Sonntag gilt es. Bitte geht am Sonntag bei dieser Europawahl wählen. Da geht es wirklich um sehr viel. Jede Stimme für Bündnis 90 Die Grünen ist eine Stimme für liberale Demokratien und ist zugleich eine Stimme für Klimaschutz. Denn wenn ihr nicht wählen geht, dann stärkt ihr damit die Rechten. Wir wollen dieses Europa nicht den Orbans und den Kaczynskis überlassen. Wählt für starken Klimaschutz und für ein geeintes Europa Grün. Und dafür ist es ganz wichtig, am 26. Mai wählen zu gehen. Damit Europa ökologischer, sozialer und demokratischer wird. Weil wir hier leben und damit wir das neue Europa bauen können, wählt am 26. Mai Grün. Also, am 26. Mai wählen geht. Ich sag wählen, wenn wir den nicht wählen. Ich sag wählen, wenn wir den nicht wählen können,